Jo Leute, seid gegrüßt. Heute haben wir wieder mal einen neuen Test hier von mir. Ja, mein Privat-Test sag ich mal. Das ist die Angel Dreifachstopfmaschine. Sieht ganz nett aus. Eigentlich sehr gewaltig, dass man drei Zigaretten auf einmal stopfen soll. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert, weil ich kenne das ja selber, wenn ihr mit dem Rätschern hier arbeitet, mit den kleinen Dingern und da ist es dann manchmal auch schon, dass es schon etwas schwer geht. Also je nachdem, wie man den oder was man für den Tabak dann gerade hat, ist das dann immer so eine Sache. Und hier soll man gleich drei auf einmal stopfen. Na ja, schauen wir mal. Ich zeige euch erstmal hier, was der Packungsinhalt ist, wenn ihr das Teil kaufen solltet. So, machen wir das mal raus. Da haben wir hier eine Mini-Anleitung. Ja, was soll man da auch schon großartig beschreiben. Man sieht das ja eigentlich, wenn man Stoffer ist, wie das funktioniert. Das Ganze in drei Sprachen, so ich das hier sehe. Dann haben wir hier noch Reserve. Ja, diese Nupsis, die vorne sind, wo man die Hülsen draufsteckt, diese kleinen Miniaturröhrchen hier noch als Reserve. Ich wusste gar nicht, dass das auch kaputt gehen kann. Aber man hat es immerhin dabei. Ja, die Maschine selber hier. Plastik. Der Boden hier mit so einem Gummiteil, was festgeklickt hier, klackt ist hier. So sieht euch das von innen aus. Ja, wie quasi, wie die Kleinen auch, nur dass ihr drei auf einmal stopfen kannst. Hier, zack, zack. Na ja, die Mechanik überzeugt mich nicht wirklich so dolle. Wozu der kleine Griff hier ist. Das weiß ich auch nicht. Wenn man das hier unten mal abmacht. Ja, viel kann man hier nicht erkennen. Da ist so ein Plastikteil davor. Also mechanikmäßig kann man hier eigentlich nicht viel sehen. Na ja, hier die Führung halt. Und na ja, schauen wir uns gleich mal an, wie das Teil funktioniert. Ich mach das mal wieder zusammen hier. Ist ja auch immer so eine Sache. So. Und da bin ich gespannt. Gut, ich werde das jetzt mal vorbereiten hier, das Ganze. Ach so, ja. Gestoppt werden hier natürlich die ganz normalen King Sides Hülsen mit. Ich nehme da immer die von Kolumbus, die günstigen. Die gibt es dann in fast jedem Supermarkt. Meine sind da irgendwie vom Edeka und Tabak nehme ich. Mal den großen Beutel. So Leute, dann werden wir mal sehen, wie das denn auch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab euch das mal hier schon alles soweit vorbereitet, damit das auch nicht so lange dauert. So, dann probieren wir das Teil mal aus hier. Also, ich mach nochmal auf. Das Ding noch nie benutzt. So, und jetzt wollen wir hier angeblich drei Stück auf einmal stoppen können, weil ich die mal die Hülsen rein machen. Eins. Zwei. Drei. Und dann mal den Tabak oben drauf. So. Hier ist gleich, kann man nicht wirklich gut dosieren. Ich bin mal gespannt, ob das das was wäre hier. So, Tabak ist jetzt drin. Den Deckel mal dicht machen und mal versuchen das Ding jetzt zu stopfen. Also, sehr schwergängig. Vielleicht ist auch viel zu viel Tabak, wenn man das so schlecht sieht, wie viel da reinpasst. So. Schauen wir mal hier. Mal raus. Mal probieren hier. Ah, muss ganz komplett runter haben. Und dann ziehen. Ja, so sieht das aus. Der erste Versuch. Eine hat er wohl genommen. Die anderen nicht. Und dann wieder zurück. Die ist aber auch nichts geworden. Hier ist der Tabak. Und hier haben wir hier den hohen Hals. Gut. Dann können wir den mal zur Seite legen hier. Und dann noch mal das Ganze probieren. Also. Uiuiuiui. Wahrscheinlich muss man viel weniger Tabak nehmen. Nehme ich mal an. Lass mal hier den Kram wieder rausfrügeln. Nehme ich gleich verstopfen. Okay. Gut. Nächster Versuch. Moment, da hängt noch was. Na, komm schon. So. Nächster Versuch. Jetzt können wir mal viel weniger Tabak nehmen. Einmal. Zweimal. Und hier. Ganz wenig. So. Dreimal. So. Hülsen drauf. Eine. Zwei. Drei. So. Das dauert ja ewig. Also dann hätte ich in der Zeit hätte ich ja schon fünf Stück mit dem normalen gestopft. So. Machen wir mal der Gedicht. Ja. Man braucht schon fast Arnold Schwarzenegger Oberarme. Ja. Hat nicht geklappt, Leute. Wie ihr hier seht könnt. Sieht das dann so raus, das Ganze. Schon fast wie ich es vermutet habe. Weil. Da könnte man also nicht wirklich denken, dass das mit dem Teil hier gut funktioniert. Ja. Was soll ich da jetzt sagen. Das ist schon ein bisschen peinlich, dass das nicht klappt hier. Also. Vor allen Dingen ist jetzt hier alles wieder total verstopft. Vielleicht. Vielleicht ist auch der Tabak noch zu feucht, dass man irgendwie vielleicht ganz furzt trockenen Tabak haben muss. Oder es ist halt immer noch viel zu viel Tabak. Aber. Ich weiß es nicht. Also. So. Umhauen tut mich das Ganze hier nicht. Außer, dass wir die ganzen Hülsen hier drauf gehen. Das ist ja immer noch verstopft hier. Da muss man eigentlich... Total geklebt hier. Hier. Ne. Das ist... Hier. Alles total zusammengebackt. Vielleicht ist das wirklich nur für ganz trockenen Tabak oder so. Ich werde jetzt noch mal extrem wenig reinmachen. So. Ganz oben. So. Aber das ist ja dann nicht Sinn der Sache, ne. Wie lange soll man denn hier rumfriegen, bis da... Bis da mal was fertig ist. Nett ausgedacht hier. Der Dreifachstopfer. Nur wenn es nicht wirklich gut funktioniert. Dann tut das natürlich nichts bringen, ne. So. Machen wir mal Hülsen drauf. Eins. Ist auch ein bisschen eng hier. Wo die Hülsen drauf kommen. Die Röhrchen. Nicht so wie bei meiner großen Stoffmaschine. Da ist das natürlich... Da flutscht das natürlich richtig. So. Jetzt habe ich mal wirklich wenig Tabak genommen. Das ist eigentlich schon zu wenig für eine Zigarette. Und dann probiere ich es noch einmal. Und ansonsten passt das erstmal. Vor allem hier hat man auch nicht irgendwie die Möglichkeit, wenn man den Deckel zumacht, dass man... dass das festgehalten wird. wie man das eigentlich kennt von den kleinen Maschinen, wo man nur eine stofft. Sondern man muss hier mit voller Kraft draufdrücken und dann gleichzeitig das Ding nach hinten ziehen. So. Diesmal scheint es geklappt zu haben. Nur das Resultat ist ernüchternd. Also... Hatte ich ja gesagt, dass das eigentlich dann viel zu wenig Tabak ist. Hier in der Mitte hier auch. Ist auch nichts. Und hier haben wir das gleiche. Außerdem ist der auch schon wieder hängen geblieben hier. Ja, ich... Weiß auch nicht. Also vielleicht mit trockenem Tabak. Vielleicht probiere ich das dann später nochmal. Ich lasse das mal trocknen hier. Was dann ist... Nur... Kann ja nicht sein, dass man ständig warten muss, dass dann der Tabak mal getrocknet ist. Nur um ein paar Zigaretten zu stopfen. Also... Das haben sie nicht wirklich gut gemacht hier. Das Ganze. Auch nicht wirklich... Nicht wirklich robust. Naja... Jetzt probiere ich nochmal eine Sache. Nur eine einzige. Hier in der Mitte mal zu stopfen. Mal sehen. Das was wird... Ja... Im Notfall vielleicht noch für Einzelstoffen nehmen. Ja, die hat fast geklappt. Hier hinten auch noch ein bisschen Luft. Aber selbst... Selbst wenn du nur eine einzelne Zigarette damit stopf... Ist das nicht wirklich empfehlenswert. Naja... Vielleicht bin ich auch nur zu schwach oder zu blöd dazu. Aber... Meiner Meinung nach... Sollte man da vielleicht doch irgendwie was anderes ins Auge fassen als diese Super Angel Maschine. Na gut... Also wie gesagt, ich habe es probiert mit dem Test hier. Ist leider nichts geworden. Von... Aufgrund... Von... Von... Zu dünnen Armen. Was ich zwar nicht glaube. Aber... Ich denke mal, das ist... Das komplette Teil ist irgendwie nicht wirklich... Ausgereift. Zumal man hier auch nicht wirklich das... Festhalten kann. Ich kann das hier so ein bisschen zusammendrücken. Dafür ist wahrscheinlich das Teil da auch... Aber das ist... Keine Lösung. Also... Gut Leute. Wie gesagt. Ich habe es ausprobiert. Ihr habt es gesehen. Ihr müsst selbst entscheiden. Ob euch das gefällt oder nicht. Oder habt ihr das kauft oder nicht. Und... Das war es dann erstmal wieder. Ne? Also... Bis die Tage. Tschüss. Ich bin spreche. Schufe. Sie brauchen mehr knappe. Die Dämonen ist da. Ahhh, bein Warte. Ich bin lieber jemanden. Also... Ich bin lieber...